Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir feiern diesen Monat das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist eine große Errungenschaft in Bezug auf Menschenrechte und den Rechtsstaat, gerade im Hinblick auf die davor liegende NS-Zeit. Das Grundgesetz hat uns die Grundrechte Artikel 1 bis 19 gebracht, die Freiheits- und Gleichheitsrechte gewährleisten, die der Staat schützen und wahren muss. Es reicht aber nicht, sich auf den bestehenden Errungenschaften auszuruhen. Wir müssen das Recht auch fortentwickeln und an die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Schließlich sind es über 10 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die ihren Lebensmittelpunkt hier in Deutschland und in unserer Gesellschaft haben. Eine Anpassung ist daher zeitgemäß und auch angebracht. Deutschen Grundrechte müssen in Menschenrechte umgewandelt werden. Rechte wie die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Berufsfreiheit und die Freizügigkeit wurden damals nur deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zuerkannt. Beispielsweise steht in Artikel 8, dass alle Deutschen das Recht haben, sich zu versammeln. Dort ist explizit nur auf deutsche Staatsbürger Bezug genommen. Anders als zum Beispiel in der UN-Menschenrechtscharta, die Europäische Menschenrechtskonvention oder die Europäische Grundrechtecharta. Dort werden beispielsweise Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit ausdrücklich allen Menschen bzw. jeder Person zuerkannt. Das muss im Grundgesetz auch angepasst werden. Die historische Begründung, warum dort nur Deutsche steht, ist aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar. Sachfremde Erwägungen haben damals dominiert, warum man anders als noch im ersten Entwurf für das Grundgesetz, dem Kimseher Entwurf, nicht alle Menschen formuliert hat. Das wurde unter anderem im Hinblick auf die Gefahr, die von bolschewistischer Vereinigung ausgehe, begründet. Einer der vehementesten Gegner der Formulierung aller Menschen war damals übrigens der CDU-Abgeordneter Hermann von Mangold, der zur NS-Zeit ein Befürworter der Rassengesetze war und sie durch juristische Schriften auch legitimierte. In seinem späteren Grundrechtskommentar wurde noch argumentiert, dass eine Ausdehnung der deutschen Grundrechte auf Nichtdeutsche die Gefahr der Überfremdung bedeuten würde. Wir denken, dass gerade in dieser Zeit Menschen mit Migrationshintergrund und Schutzsuchende durch die Rechten und Neonazis in Deutschland und ganz Europa vermehrt Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sind, mit diesem Schritt ein wichtiges Zeichen von Weltoffenheit, Antirassismus und Teilhabe gesetzt werden würde. Diese gleichen Rechte sollen ausdrücklich in die speziellen Grundrechtsparagraphen aufgenommen werden, um einmal mehr zu zeigen, dass der Deutsche Bundestag an der Seite aller Menschen steht, die hier in Deutschland leben. Denjenigen, die sagen, dass diese Änderung nicht nötig sei, weil Nichtdeutsche über einfache Gesetze oder über das Auffanggrundrecht oder der allgemeinen Handlungsfreiheit geschützt sind, möchte ich entgegenhalten, dass so aber nicht dasselbe Schutzniveau erreicht wird. Das hat das Bundesverfassungsgericht selbst in seiner heutig gültigen Entscheidung von 1978 klargestellt. Eigentlich dürfte auch Herr Seehofer nichts dagegen haben. Schließlich ist die Bayerische Verfassung da ja vorbildlich. Sie spricht bei allen genannten Grundrechten explizit von allen Bewohnerinnen und Bewohnern Bayerns, ohne eine Unterscheidung im Hinblick auf die Staatsbürgerschaft zu machen. Menschenrechte sind unteilbar und sollten für alle Menschen in unserer Gesellschaft gelten. Dies muss sich auch in unsere Verfassungswirklichkeit übertragen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Ingmar Jung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.